Meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere Sauna ist inzwischen aufgebaut und wir wünschen euch und uns allen viel Verblögen mit der Herdsauna. Na, heid geht's zu, da in der Sauna. Alles belegt. Kein neuer Platz und wer da ist, alles. Ja, der Hans ist da, die Maria, die Elie. Maria will sehen, da ist die Greta, die Sandra, Maria, der Ernst, die Martha, die Hüfte ist auch da. Oh, Maria, da ist alles belegt. Kein freier Platz. Oh, da ist ja noch ein freier Platz. Oh, gib ich jetzt her. Da kann ich mit Ruhe meine Zeit umlesen. Es ist so schön, ein zunder Graf zu sein. Ja, das ist besser als ein kranker Schwein. Nun gehen wir heute in die Sauna sitzen und werden spitzen aus allen Ritzen. Ja, mein Gott, die Gemischte sind ja komplett voll und so viel Leute und so viel Schirche. Na ja, dann werden wir gerne schauen in die Herdsauna. Da war ein Altenalz vom Strobelperium. Der Graf Rudi, ein kleiner Volksvertretter einer großen Gemeinde. Ja, so eine Art Herdsauna ist schon was Feines. Na, Frau Inge, was machen Sie der Herdsauna? Ja, wissen Sie, das war die Einzige, die was da frei war. Das habe ich auch noch gewusst, dass das die Old Herrensauna ist. Nein, Frau Inge, das geht ja gar nicht. Eigentlich... Na, tschau. Die ja... Jetzt darfst du nicht mehr reichen. Jetzt bleibst du nicht mehr reichen. Hier geht's gleich hin. Wenn du deinen Kopf möchtest, dann tschau. Eigentlich wird die ja ins Heimheim gehen. Nein, aber das Buffet war leider noch nicht aufgebaut. Frau Inge, das heißt ein Heimheim, das ist eine türkische Sauna. Da wird er gefräst und da wird geschwitzt. Das habe ich also gewusst. Die gehen doch ja nicht. Aber von Ihnen, ich bin heute gnädigt. Sie dürfen ausnahmsweise da bleiben. Aber wenn er bei einem altkommt, müssen Sie ihn natürlich sehen. Weißt du, wie die Hitstheorie? Nein, nein, machen Sie den sofort wieder zu. Geh, Frau Inge, ist der war gescharmig, oder was? Ja, machen Sie den zu, aber sofort wieder zu lassen. Geh, Frau Inge, ist das noch ein großes Mata? Nein, ich will das. Fadi Oliganti wäre ich noch gesehen. Hallo? Was heißt das Fadi Oliganti wäre? Es hat Zeitung gegeben. Das ist das komplette, wahlendliche Volk des Bezirkes. Verzehrt nach meinen Königengewäch. Nicht umsonst, weil wir ein Spitznamen, die steirische Dingerbüttel. Ach so, was habe ich aber gewusst. Und hier ist Ihr Spitznamen heim. Es bringt gleich ein Verlachtnitz, doch. Es ist ein Wahnsinn. Frau Rorschleicher, wissen Sie eigentlich, wie das überflüssige Haut heißt? Na, sagst du ja. Ja, Mann. Ach so, wirklich, Frau Inge, das geht zu weit. So geht das nicht mit Ihnen. Ernst, willst du ja gerne Petschen da runternehmen? Was für Petschen? Ja, dann kommst du da. Frau Inge, das ist ein Zylinder, kein Hub, der nimmt der Grab in zwei Lebenssituationen ab. Zum Dinieren und zum... Und zum... Die Zeit, wenn du, wenn du oft mit Eifel... Ach, Frau Inge, haben wir jetzt schon Aufschluss gemacht? Nein, nicht so richtig. Ich habe zwei kleine Bierli und ein paar Schneckhoff. Aber ich muss jetzt dann lesen, verstanden? Frau Inge sind dummes Weibstück, sie ist eben keine Ahnung von Sauna-Kultur. Ein Aufschluss wird gemacht, dass es noch heißer wird, dass sie noch mehr Kürz von der Rolle. Herr Ranzi, jetzt werden wir auch machen. Das habe ich auch nicht gewusst. Und das hat es immer nur Rotlicht. Ich habe Rotlicht gehabt, meine Rechte, und weiß schon, was mit dem Rechten umzugehen. So, machen wir einen schönen Aufschluss. Was? Was? Nein! Was? Nein! Schicken Sie nicht das Wasser, und auf den unten sehen, da ist schon das Feuer aus. Nein, der ist Dämpferd. Das ist kein Feuer, das ist nicht wahr. Frau Inge, da ist kein Feuer drin. Da sind heiße Lava-Steine drinnen, die kann man nur da löschen. Da entsteht noch viel mehr Wasser, damit es noch heißer hier rinnt. Jetzt wollen wir das noch mal. Der ist ja nicht später. Siehst du, es wird ja schon ganz mal drauf. Ach so, Frau Inge, ich bitte, ziehe Sie den Baderland raus. Dann werden wir schon kollabieren. Nein, den tue ich doch weg. Frau Inge, ziehe Sie den Baderland raus. Den tue ich doch weg. Frau Inge, ich bitte, ich ziehe Sie den aus. Ich will den nicht weg tun, habe ich schon mal gesagt. Ja, und Sie sollen den weg tun? Sie werden doch kollabieren. Ich kriege keine Schwenkreislauf. Ja, folgt doch einmal. Seid ihr zufrieden? Geh da, gehst weg. Frau Inge, da müsst ihr aufpassen. Sie müssen nicht mehr sagen, sonst geht sie nur über meine Schwinge, Mutter. Um Gottes Willen, was hat der nicht getan? Das ist auch dreimal technisch sauerkopp, um Idealgewicht zu bekommen. Aha. Und wie schwer ist es jetzt? Drei und halb Kilometer ohne. Ah, super. Aber ich frage mich, Sie schauen nicht mehr da raus. Aber du hast immer so eine Schwinge. Boah. Boah. Und das ist alles Kontinentswasser, da bei den Fenster. Nein, so eine Halluzination, das ist Kontinentswasser da. Aber ich muss aufpassen in Ihrem Alter, gell? Aber Herr Graf, was geht immer mein Alter aus? Sie sind scheinbar unverschreckt. Aber Frau Inge, was haben Sie uns? Und uns zwei? Wie alt sind wir denn? Herr Graf, aber du hast uns gesagt. Und die sind auch schon 40 Jahre alt. Na doch, schau her! Darf ich fragen, aus welcher Richtung Sie kommen? Das ist, habe ich jetzt qualifiziert. Eine Frau, in meinem Alter, hat so ein bisschen schon genug Probleme. Der Arsch wird immer gebraten. Ja. Ja, und die Gesichter haben mir die Folgen. Und die Ledigsten direkt auch schon runter. Ja. Also machen Sie mir gescheiter ein Kompliment und reden Sie, die wir so denken. Frau Engel, ich muss Ihnen sagen, Ihre Augen sind komplett in Ordnung. Nein, Frau Engel, Sie sind die schönsten Tage von Bobbie zu stehen. Nein. Nein, Sie sind wunderschön, wenn Sie für die düken, grauseligen Schlumpflöten verdreht waren. Das habe ich an dem Kuss, dass Sie so ein Pleiadem sind. Hallo? Aber mit Erna gehören Sie mir aber hin, das so gerne. Und schon gar nicht in die Sauna. Pführt gerne! Pführt! Ole! Als wäre es schon eine Worte erreicher Polizeier für und der 따라fiehle ist das habe ich noch zu heiß. Ich wäre schön dabei, das ist alles für Sie, Da bin ich auch immer mit einem Freund-Mauk-Beschurp. Und das wäre kein Freund-Mauk-Beschurp. Und da darf ich dir nicht nur ein Freund-Mauk-Beschurp. Und das wäre eigentlich nicht besser. Will ich einmal auch das für Sie? Das war's für Sie? Das war's für Sie! Vielen Dank.